hallo jetzt kommt man kann glück oder könnte wenn das winnen für euch zu einem neuen video richtig heute am sonntag disney speedstorm ich bin bei disney speedstorm immer noch geistig verwirrt ich raff es irgendwie nicht seit tagen wieder neue season draußen oder immer noch die alte season drei tage geht ja irgendwie noch aber irgendwie neu ich spiel ist ja leider nicht so permanent wie ich sollte aber wenn man sich hier drauf geht diesen jahren ist man wieder von anfang an nicht jetzt schon die dritte in folge fluch der karimik season ich weiß es nicht ich rast auch nicht aber hey wir fahren trotzdem heute mal ein paar runden einfach auf spaß an der freude und disney kein problem okay wir starten rein er nicht wundern ich bin schon drei rennen privat gefahren wir werden jetzt einfach mal so viel rennen machen hat man auch spaß eine freude weil ich schaffe sowieso nicht es komplett freizuschalten und möchte ich also mal zeigen wir sind mit ariel unterwegs und irgendwie steht halt zwei aber ich glaube dass es schon mal zwei teile gab und gute karibik was ich persönlich sehr anfallslos finde also jetzt ohne scheiß ist es so nach 15 sekunden mit manuellen boost glaube ich müssen machen das war der manuelle booster ich weiß es nicht sehen wir dann ich kann es mir nicht merken wir haben jetzt einfach ein bisschen spaß hier fahren kennen die strecke ist natürlich auch immer okay das ist normal bei der ersten bei den ersten kapitel läuft der passt nur noch drei tage ich raste wirklich nicht bei disney aber am anfang war das nicht geiles spiel so recht fangemacht war auch toll dass du wirklich gespielt hast um weiter zu kommen und jetzt so durch ja merkt man einfach dass der einfluss von epic schon sehr stark ist muss sich viel sammeln nein hätte ich glaube ich noch ein booster bekommen schade macht nichts kann passieren jetzt bleibt das eine weile glaube ich was sind fünf sekunden manu 15 sekunden manueller buch ich weiß es nicht aber ja wir fahren dann mal vier runden ein bisschen spaß und wenn es euch gefällt dürfte abonnieren leiden kommentieren ihr dürfte auch dies leiden am wichtigsten schaut das video bis zum ende ihr wisst bescheid wie youtube funktioniert und die wortschein ich habe mich freuen wenn eure namen öfter sondern videos zu lesen werden ich mache hier seit fünf jahren youtube immer noch sehr ferner liefen laufe immer noch entfernen lieben wenn ihr wog habt und sich irgendwie unterhalten fühlt dann lasst auch mal lieber auf meinen channel und ja euch geliebt hier keine ahnung was ich habe aber am laufenden band die wahl karl ich bin ein bisschen müde sonntagmorgen meine güte macht man auch die videos für den sonntag so gehört sich das immer am tag für den tag ja aber ich hätte springen können ich habe verpasst auch jungen das mache ich jetzt zurück ja ich habe wirklich jetzt am anfang der ersten kapitel das stärkste auto gerade also der sache passt das schon gegen die ersten glaube zwei drei kapitel echt einfach zu fahren wenn man sich schon autos über level 20 hat dann ist das easy da ist das ziel da haben wir doch mal rein schön verpixelt und okay gewinnen ein rennen und ras über vier tempo weil das kriegen wir doch hin wie sie wissen dass wir die pfeile in der luft sind oder ich weiß es nicht was uns überraschen warum leckten dass sie zu alter disney ich habe keine schwache grafikkarte ehrlich nicht er wurde 28 hier mit arbeitsspeicher also sollte genug zu serben sein damit das nicht leckten oder einfach die normalen streifen okay was habe ich gesagt über drei das ist glaube ich ein rallye streifen ich glaube dass am boden das seit neben wo sind welche oder sind dass diese flächen okay dann glaube ich dass man eine das hier das hier ja zack baby ist aber noch was ja 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 super ich glaube noch ab einmal auch irgendwie mein halbzig klein ich hatte drüber von zig so ein bisschen ist doch schwerer als gedacht über die streifen drüber zu fahren ich fahre mich als fan vorbei ja wo sind denn die nächsten davon ja weil ich hier beim ziel was nein sind selten als man denkt die streifen nicht gut macht nichts wie gesagt mit ihm aus 38 level das ist natürlich würde man allein einzeln modus war eine leine jahre kennt sich ja darüber kommt kommt er zacki und jetzt einmal hier ja kriege aber als nur alles zu beschleunigen hier das ist ja geil das ist ja echt geil nein sollte wir die streifen naja ich glaube es reicht aber warte da sind noch mal streifen und da ja kein problem sollte geklappt haben sollten alles frei gefahren haben und alle freunds abkassieren denke ich mal fack drehen wir haben riesen abstand die hälfte alter schede ich überhole hier beinahe noch gefühl das gibt es ja nicht junge 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 die hälfte der karte abstand jungen jungen geht das gut ja und mit david jones geht es jetzt weiter hier naja jones ja mensch baby wir haben alle gleiche klasse jetzt müssen wir uns erst mal feiten es gibt es noch nicht im runde nummer drei video nummer drei runde nummer drei video da muss ich jetzt aber müssen jetzt auch noch feiten uns anstrengen das gibt es doch nicht ich will auch so eine schöne jump reihe haben wo ich fliege ich liebe das wenn die dinger in der luft sind man muss da jumpen und kann dann so ein bisschen fliegen wie gesagt jetzt müssen wir ein bisschen feiten es ist leider nicht so leicht wie vor die beiden rennen da hat man ist natürlich viel einfacher waren natürlich überlegen jetzt haben die gleiche glatze nicht klatsche klasse sorry und ich muss vielleicht müssen jetzt auch noch feiten das geht ja gar nicht wo ja kommt noch mal und ja 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 super flug nice ich liebe es ich liebe es zu fliegen bis zu früh scheiße wie gesagt hier müssen wir feiten es kann sein dass ich die runde nicht gewinnen werde ok mini maut alles ok ich meine daisy daisy ist gerade meiner ist das daisy oder donald daisy daisy ich sehe die schleife mist daisy ist gut verdammt noch mal der ok macht mir so ein bisschen druck man ich würde nur fliegen oder doch fliegen da jetzt der doppel flug hat nicht geklappt aber egal als wenn ich gewinne ist es ein echt 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 echtes glück oder wunder weil das ist schon ein harter fight gefühlt noch mal ja david jones da wie jones ja und drehen ja und ja noch mal noch mal ja baby läuft wo ich würde mich das nicht machen ich bin jetzt gerade bei rocket racing er noch mal paar geile jumps oder flügel besser gesagt ich muss auch noch mal hin ja 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 sehr schön ich glaube wir haben uns ein bisschen abstand hier rausgefahren was das sind wir gewinnen die sie gewinnen das rennen und rutsche mindestens vier sekunden lang auf plant crime kriegen wir das hin ich weiß nicht wo sind denn hier sachen zum rutschen auf der karte letzte rennen auf jeden für das video mit vier runden kommen ruhig das video beenden hoffen wir jetzt hier auch noch mal gewinnen natürlich haben level 28 27er fahrzeug auch mal level kann man hier klein level 10er welt also in der sache ja wie sie schöne unter wasser welt ich sehe man da kann man fragen okay ich sehe es ich sehe es wir könnten dann ein bisschen ja ich glaube vier sekunden haben wir eigentlich schon drin oder ein ich kann mich daher nicht wollte doch dahin eine runde haben wir noch einmal können wir noch rutschen aber ich glaube die vier sekunden an gut passt drin wo ist noch was zum kleinen zeig mal an darum soll man eine sekunde kein problem wir uns auch noch mal eine sekunde in sieben und damit haben wir alles fertig was wir machen müssen alle drei sachen alle drei aktionen haben wir dann ausgeschöpft ich kann gerade nicht reden wenn es schon so ein bisschen als ob ich mich erkältet habe ja ein bisschen doof aber kein problem heute am sonntag im ziel video ich bin noch für euch da und versuche euch zu erhalten wenn ihr bock habt lasst du mal abo da schaut es kommt da wie die glocke like und deshalb das video auf jeden fall bis zum ende wegen der wortschlein das ist sehr wichtig und ich würde mich freuen auch in am öfters und verschiedene videos zu lesen jetzt kommt wieder nicht in der sack automatisch ab dadurch funktioniert es mit dem springen nicht also bei mir auf jeden fall wird zu blöd dazu passt so was sollte ich so muss sein und heute gibt es am sonntag auch noch mal eine reaction auf irgendwas also geht auf meinen reaction channel 20 15 op glück oder können wir action channel und ich rede auch irgendwas das entscheide ich gleich hier nach dieser aufnahme deswegen lasst lieber auf meinen beiden kanälen buscht mich supporten nicht wie auch immer ich würde mich freuen und das war das rennen wenn es euch irgendwie gefallen hat ihr wisst bescheid was ich eben schon gesagt habe abonnieren kommentieren nicht vergessen ich habe bekommen die jetzt bin jetzt hier mit raus und schon um ein herz ein bisschen und peace out